Hi, ich bin Alex und ich bin Fia. Und wir zeigen euch heute, wie einfach man die Möbel von Now2Go an die Wand hängen kann. Los geht's! Die Möbel sind fertig und mit den Bohrschablonen hängen wir sie jetzt an die Wand. Schief? Niemals! Durch die Schablone wissen wir ganz genau, wo wir bohren müssen. Und was meinst du? Ich fände es schöner, wenn wir hieraus eine Linie machen. Stimmt, das ist echt eine coole Idee. Dann können wir da auch noch Getränke reinstellen später. Super! Jetzt wird gebohrt! Die Löcher sind drin. Und jetzt nehmen wir die Bohrschablone ab und stecken die Dübel rein. Jetzt hängen wir die Boxen an die Wand und ich stecke schon mal eine Schraube rein. Nach dem Aufbau erstmal eine Pause. Mit einem bisschen um. Und jetzt wird dekoriert. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020